Hi Fans, ich wollte euch nochmal eine kurze Nachricht aus Italien schicken. Morgen geht ja der Giro der Italien los. Wir sind gerade in Napoli und ich bin gerade von der Teampräsentation zurück. Es ist etwas ganz komisches passiert. Mein Team hat mich gezwungen, die niederländische Fahne heute aufs Podium zu tragen. Ich bin wirklich nicht stolz darüber. Ich hoffe, dass mir das kein deutscher Fan übel nimmt. Und dass mir das auch für die nächsten Tage jetzt kein Unglück bringt. Ich fühle mich sehr gut und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in der nächsten Woche einen schönen Erfolg einfahren können. Und ich freue mich einfach auf das, was jetzt kommt. Wenn ihr irgendwie wissen wollt, wie es bei mir läuft, dann informiert euch immer auf meiner Facebook-Seite oder auf meiner Homepage. Oder folgt mir bei Twitter. Ich bin immer für euch da. Vielen Dank. Macht's gut. Euer John. Ciao.